Hey Freunde, Dragon Ball Heroes ist der nächste Dragon Ball Anime, den wir bekommen werden, bei dem es sowas wie Canon nicht gibt. Und deshalb wollte ich mal die Möglichkeit nutzen und euch meine Lieblingsfusionen, Transformationen bzw. Charaktere aus dieser scheinbar grenzenlosen Serie zu präsentieren. Und ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, alles was in Dragon Ball Heroes passiert, gehört nicht zur Hauptstory. Das ist alles eine Parallelstory und deshalb sind solche Transformationen und Fusionen halt immer in Dragon Ball Heroes möglich. Ob es dann in der Hauptstory irgendwann kommt, ist natürlich unklar, aber bei den meisten Fällen, die ich hier vorstellen werde, ist das Ganze unwahrscheinlich. Außerdem kann ich nicht so viel erklären, weil es hier halt kaum was zu erklären gibt. Die Dinge passieren halt einfach in Dragon Ball Heroes, manchmal aus dem Grund, weil Dragon Ball super irgendwas in der Art gemacht hat oder weil es halt einfach episch ist und irgendwie nice ist zu verkaufen, weil sie halt Dragon Ball Heroes, das Spiel, das Arcade-Spiel promoten wollen und deshalb gibt es diese ganzen Transformationen. Okay, fangen wir an. Die erste Sache, die ich direkt ansprechen möchte, ist Bardock. Ich will allgemein Bardock in dieser Serie sehen. Warum? Weil ich ein ziemlich großer Bardock-Fan bin, seit ich den Film gesehen habe, finde ich diesen Charakter halt extrem cool. Weil ich auch allgemein insgesamt so ein Fan von Vegeta bin, also Charaktere, die so badass-like sind wie Vegeta. Auch wenn Vegeta im Endeffekt in Dragon Ball Super nicht so episch war wie Goku am Ende, muss ich trotzdem sagen, dass Bardock so eine Mischung von Goku und Vegeta sein könnte. Außerdem gibt es in Dragon Ball Heroes Bardock einfach in der Super Saiyan 3 Version, was einfach nur extrem heftig aussieht. Und da ich auch ein großer Super Saiyan 3 und 4 Fan bin, fände ich es auch ziemlich cool, wenn Bardock Super Saiyan 3 oder Super Saiyan 4 in der Serie vorkommt. Wie das Ganze passieren könnte, ist relativ einfach zu erklären, aber ob das nun passiert oder nicht, liegt halt bei Toy Animation. Und zwar ist dieser Prison Planet Arc sozusagen eine Art Turnier der Kraft, weil dort ziemlich viele Charaktere auftauchen werden. Weil der Antagonist Fu in der Dragon Ball Heroes Serie einfach eine Fähigkeit hat, mit dem er einfach Krieger aus verschiedenen Zeiten und Epochen ganz einfach herholen kann. Deshalb gibt es halt diese Möglichkeit, dass man Bardock sehen wird und halt alle anderen Charaktere bzw. Fusionen und was auch immer, die ich in diesem Video erwähne. Weil es halt theoretisch unendlich Möglichkeiten gibt, weil es unendlich Timelines geben könnte und Dragon Ball Heroes nutzt das halt komplett aus. Wie gesagt, Canon ist hier lange nichts mehr. Der nächste Charakter, den ich super gerne sehen würde, wäre Broly. Broly kam nur im Film vor und auf eine andere Art und Weise in der Dragon Ball Super Serie, was relativ enttäuschend war. Ich fand es relativ okay, weil sich halt der Autor bzw. die Leute bei Toy Animation irgendwie über die Fans sich lustig gemacht haben, weil sie sich halt immer Broly gewünscht haben und da kam dann Broly aber in einer Art weiblichen Version, was irgendwie komisch anzusehen war. Aber trotzdem fand ich es irgendwie cool, dass sozusagen irgendwie ein Teil von diesem Film, von dieser Fähigkeit von Broly irgendwie Canon gemacht worden ist. Und deshalb fände ich es umso schöner, wenn Broly in dieser Serie auftauchen wird und ein Hauptgegner von Goku sein wird. Außerdem gibt es ja einen weiteren Antagonisten und zwar den maskierten Saiyajin bzw. der in der Zwangsjacke. Und der hat die Fähigkeit, die Leute in sozusagen einen Rage verfallen zu lassen, da Broly im Film auch in so einer Art Rage war. Und deshalb wäre das vielleicht auch ziemlich passend, wenn wir Broly haben, der irgendwie anfangs normal ist und dann durch diesen Saiyajin in eine Art Rage verfällt. Und vielleicht werden wir sowas in der Art in Dragon Ball Heroes sehen. Als nächstes haben wir Super Saiyajin 3. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich ein ziemlich großer Super Saiyajin 3 Fan bin. Und in Dragon Ball Heroes ist es so, dass theoretisch jeder Saiyajin Super Saiyajin 3 drauf hat, weil es halt keine extra Dinge dafür benötigt, sozusagen. Weil man halt einfach über seine Grenzen hinausgehen muss. Und deshalb kann das irgendwie in Dragon Ball Heroes jeder Saiyajin, sogar Vegeta. Und deshalb würde ich gerne Vegeta und Trunks in Super Saiyajin 3 sehen, weil es einem nie gegönnt wurde in der normalen Dragon Ball Serie. Man weiß zwar nicht zu 100% ob Vegeta den Super Saiyajin drauf hat, weil man noch nie in einer Canon Serie sozusagen gesehen hat, wie er diese Form annimmt. Auch wenn der Super Saiyajin 3 eine Form ist, die einfach viel zu viel Power frisst und im Gegenzug zu Super Saiyajin God einfach noch um einiges schwächer ist. Deshalb ergibt es natürlich von der Story her Sinn, dass Vegeta Super Saiyajin 3 bei wichtigen Kämpfen nicht einsetzt. Und trotzdem könnte man die Form zwischendurch mal einsetzen, wie wir gesehen haben, hat Goku das Ganze gegen Trunks auch gemacht. Eine weitere Sache, bei der ich etwas zwiegespalten bin, aber trotzdem irgendwie noch gerne sehen würde, wäre der Ultra Instinct. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass in Dragon Ball Heroes der Ultra Instinct hin und her gespampt wird, was irgendwie relativ kacke wäre. Trotzdem fände ich es cool, wenn natürlich Goku diese Form hat und vielleicht ein Antagonist. Wer das sein könnte, keine Ahnung, irgendein Saiyajin. Vielleicht dieser maskierte Saiyajin, beziehungsweise der in der Zwangsjacke oder vielleicht Broly oder sonst wer. Aber ich finde, dass man diese Form nicht einfach zu sehr spammen sollte, weil es irgendwann halt nicht mehr interessant genug ist. Außerdem würde es von der Story her natürlich auch keinen Sinn ergeben. Und deshalb habe ich halt irgendwie das Gefühl, dass man hier Ultra Instinct, da Mastered Ultra Instinct sehen wird. Das will ich nicht ganz, sondern dass wir einen Antagonisten haben, der diese Fähigkeit besitzt, beziehungsweise der Super Saiyajin Blue besitzt oder vielleicht sogar Super Saiyajin God und halt noch den Ultra Instinct. So, weiter geht es. Und zwar ist Dragon Ball Heroes für seine Fusionen bekannt. Und deshalb habe ich für euch einige Fusionen, die ziemlich cool wären. Und zwar hätten wir dort als erstes Gotenks in der Erwachsenen Version. In der normalen Dragon Ball Z-Serie haben wir ja bereits Gotenks gesehen, aber natürlich nicht die Erwachsenen Version. Auch wenn ich Gotenks als Kind ziemlich cool finde, muss ich sagen, dass mir das Charakterdesign von der Erwachsenen Version einfach extrem gefällt. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass wir Gotenks als Erwachsenen Version kriegen. Aber eine Fusion, die ich mir noch mehr wünsche, beziehungsweise die noch viel cooler wäre, wäre W-Gangs. W-Gangs ist eine Fusion zwischen Trunks und Vegeta. Also etwas, was wir in der Story noch nie gesehen haben, was wir auch sonst nirgendwo gesehen haben, sondern was Dragon Ball Heroes exklusiv ist. Und zwar gibt es dort sozusagen auch eine Mission, wo das Ganze passiert, wo die beiden fusionieren müssen. Und in dem neuen Dragon Ball Heroes Anime werden wir Future Trunks und den normalen Vegeta haben. Also theoretisch wäre diese Fusion möglich, auch wenn in Dragon Ball Heroes, also in der Cutscene, die ich euch jetzt vorhin auch eingeblendet habe, auch wenn dort die anderen Versionen von Trunks und Vegeta da sind, muss man trotzdem sagen, dass das Charakterdesign dann wahrscheinlich anders sein wird. Nur teilweise, natürlich nur von der Kleidung. Aber trotzdem fände ich das ziemlich cool, wenn so eine Fusion möglich wäre. So und jetzt zur letzten Fusion, und zwar zwischen Gohan und Trunks. Das hätte ich auch super gerne bei Dragon Ball Z gesehen, beziehungsweise eine Fusion zwischen Future Trunks und Future Gohan. Haben wir leider nicht gesehen. Trotzdem gab es dann in Dragon Ball Heroes eine Cutscene, wo das Ganze passiert ist. Und obwohl wir bisher noch nicht gesehen haben, dass Gohan in dieser Dragon Ball Heroes Serie verfügbar sein wird, kann man ja trotzdem hoffen, dass diese Fusion auch in Dragon Ball Heroes vorkommen wird. Wie schon eben erwähnt, es wird halt komplett aus jeder Zeit, aus jeder Epoche, wird jeder Krieger hergeholt. Und deshalb würde das hier auch theoretisch Sinn, in Anführungszeichen, ergeben. Und wie vorhin auch schon erwähnt, das sind andere Versionen von Trunks und Vegeta gewesen. Und das sind jetzt auch andere Versionen von Trunks und Gohan gewesen. Und zwar als Time Patrol Trunks, bei dem noch nicht bestätigt wurde, ob er bei Dragon Ball Heroes dabei sein wird. Bisher wissen wir nur, dass der Future Trunks aus Dragon Ball Super dabei sein wird. Auch wenn das etwas verwirrend scheint, beziehungsweise wenn es halt zu viele Versionen von Charakteren gibt, verliert man recht schnell den Überblick. Aber ich denke, das könnte man in Dragon Ball Heroes dann relativ einfach lösen. Das wär's erstmal von diesem Video, Freunde. Wenn ihr mehr sehen wollt, gebt mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Das wär's von mir. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.